Schmeckt wie von Weihnachtsmarkt und du hast du Geld gespart. Gibst du Mehl und Backpulver, so machst du kleines Misch. Dann du gibst du Joghurt, hast du Harakett mit Löffel. Hopp, 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 und gibst du in Ölen bis in die Goldenes. Guckst du. Und jetzt bitte leise, weil wir wollen die hören. So gut, bleibt dir noch mehr Geld für Glühweins. Adi, tschüss. Champignons, wie von Weihnachtsmarkt und schon wieder Geld gespart. Zuerst, wir braten Champignons für Zwiebel, Gewürzen und Grünes. Hast du kleines Misch und lässt du Köchels bei kleines Feuer. Soßen, du gibst du Joghurten, Ayonnaise, Knubbenloch und andere Zutaten und machst du gutes Misch. Gibst du auf Tellers mit deinem Knubbel Luchsoßen, Pet Sellerie, damit dir aussieht wie Model und gutes Appetiten. Gebratenes Mandel, wie von Weihnachtsmarkt und schon wieder Geld gespart. Und nimmst du dein Mandel, Zuckers, Vanillezuckers und Zimten und machst du kleines Misch mit bisschen Wasser. Dann du machst du so langes Misch, bis wird die Zuckers karalimentisiert. Guckst du, bewegst du bei Abkühlen, damit dir nichts einander ist, kleben. Und fertig. Ach, Weihnachten nicht, liebe ich dich. Adi, tschüss. Dieser Apfel mit Milchreisen und Zimt wird dich schmecken, ganz bestimmt. Zuerst, du nimmst du dein Apfel, machst du Fleisch ins Rad. Dann du machst du dein Milchreisen, guckst du, gibst du Reisen in Körpers von dir Apfel und du gibst du Apfelskompott und Zimten auf Dach, damit dir aussieht wie Model. Nicht gutes Schmeck, du verfolgst du mich, ja? Gutes Appetiten.